Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 50 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 780 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!